boah ne die Sicht geht schon wieder voll, geht schon wieder gar nicht, uff geistiger Zustand, Punkt, 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 warte mal, ich lass mal kurz regenerieren und na wieder Pflanzenreich gefunden, ne Pflanzenreich gab's doch nicht, auch nein da beim Bilderorten Angel Best of Cards, ach nein, wieso, wieso, den will ich übrigens sehen, den müsst ihr mir noch zeigen, boah, ich bin's, dauernd gerade, eigentlich schnitt Wundenbläuflecken, wo ich mir denn die zugezogen, hallo, ah scheiße, ich glaube das bringt nichts, ich muss weiter, interessanterweise wenn ich hier im Licht steht, dann geht's viel schneller, nee, nee, dann geht's mir besser, warte mal, ich glaub ich bleib hier kurz stehen, okay vielleicht doch nicht, okay vielleicht doch nicht, ich hab mich, das ist mir gar nicht so, ganz schnell, ganz schnell, lass doch, komm ich dann schön, das klingt allerdings wie kann ich sie später, ja, das kann ich dafür, das soll ich auch das nicht ausmachen, Sie machen die Tür kaputt Finde ich nicht gut Die Steuerung ist gerade voll scheiße Warum flüsse ich eigentlich? Ich weiß es nicht Ich glaube er ist weg Ich bin aber nicht sicher Verdammt, warum flüsse ich eigentlich? Einmal fail reicht by the way Könnt euch absprechen, ihr seid zusammen mit dem DS Ist der schon weg? Ist das rot? Ist das rot? Warum ist die rot? Weil das normal? Ist jetzt weg? Boah, Alter, diese Steuerung Boah, das verschwommen jetzt Ist das echt gut gemacht Was ist das krass? Uiuiuiuiui Boah Uuuhu Entschuldigung Hier gerade ein bisschen die Spannung ausnehmen Schau mal Tolles Ich dachte gerade Rotlichtmilieu Ja Schön wär's Das wär jetzt nicht so ein Horror Zellenbereich 4 Gut ist der langen Lagerraum Wollte ich doch nicht eigentlich hin? Nein Nein, ich will dich da nicht hin Da ist eine Zelle Die Tür geht auf Oh, da ist sogar Licht Da kann ich ein bisschen regenerieren Weil, äh Man sieht ja die Sicht Obwohl, langsam geht's Wie Na, es geht noch nicht Auch genau ein Glas Ah, da kann ich die Säule reinfüllen Okay Sicht geht langsam wieder Obwohl der reißiger Zustand immer noch für den Arsch ist Kann ich dich aufmachen? Jo Sonnebüchse, Sonnebüchse Öl Boah, ich muss mal kurz hier stehenbleiben Ey, das geht Oh, langsam geht's wieder Geist inzwischen ist immer noch Punkt, Punkt, Punkt Ich warte mal ganz kurz War das eine Andeutung? Nein, das war jetzt eigentlich keine Andeutung Boah, ey, Leute Erstmal muss trinken Ich wohne jetzt eigentlich, dass Lochs und Souten nicht da sind Normalerweise lassen die sich sowas nicht hingehen Wenn es darum geht, dass ich mir vor Angst in die Hose scheiß So Ich muss bloß kurz was am Tablet machen Ähm Keißer Zustand, ist halt immer noch voll für den Arsch Was ist denn das? Was ist das? Ach, das sind Ratten Jetzt da drei Stück Gleich Vielleicht angebissen Hat jemand Hunger? Naja, eigentlich ja nicht, sonst fährt sie weg So, gehen wir wieder So, ich hab mein Glas Geistiger Zustand Der Kopf dröhnt Ja, wie ist es besser aus? Punkt, Punkt, Punkt Prost War ich mein Glas hab, oder wie? Ach, komm, verarscht mich doch Da rülpst du mich wieder an Wir haben es ja nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da um die Ecke ist Super, wenn ihr jetzt hier herkommt, dann bin ich am Arsch Weil er macht den Dich kaputt und dann ist Gott, ja, gute Nacht Wie Wodka pur Ach, was ich hier, ach, das hier trinkt Das ist Wasser Also, das ist wirklich Wasser Kein Schatz Das ist Wodka pur So, so, so So verrückt bin ich nicht Ich glaube, wir haben gar kein Wodka daheim So, ist er jetzt Guck, guck, da ist keiner Hä? Wart mal So, verschlossen Und es ist in einem ausgezeichneten Zustand Wart Das sagen sie alle, ja, ja Wart, ist es Das ist die gleiche Tür Das ist eine andere Tür Das ist doch eine andere Tür Aber warum Und durch welche muss ich jetzt Okay, also muss ich hier wieder zurück Der Boden schaut auch im sehr allerliebsten aus Das Gestöhne im Hintergrund Nein, nicht wegen dem Rotlichtmilieu Bevor jetzt wieder Fragen aufkommen im Chat Soll ich da aus Das geht um Das geht um die Ecke Was, was, warum ist die Banane krumm? Was steht da bitte? Was machten die da? Wart mal, ich war Wart mal Ich gehe jetzt erstmal in die Küche Die Küche war doch da oben Soweit ich weiß Was, da war doch gar nicht Warum fail? Der saß da Warum fail? Gerechtfertigter fail? Warum? Das muss man jetzt erklären Absolut Na, der heute wiederum da hinten Der Werte her Ich habe ihn nicht gesehen Er hält bloß rum So Die Säure ist ein Glas sicher aufbewahrt Ich nehme jetzt dieses Glas Und steckst du meine Tasche Ist verschüttet bestimmt nichts Oh, ich muss hier mal wieder auf den Öl füllen So ist es nur die Frage Fuck Wir sind am Arsch 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 Wir sind an zu Was von dem Arsch Fuck geschehen ich glaube weil das sind gerecht gerechtfertigt ist fehl ich kann ich jetzt auszuschauen scheiße ist jetzt weg sie sind noch da kommt auch nicht mehr aber es ist ein anderer Typ der Kapuze was macht ihr so ich stehe in der Küche zwischen den Schwein die stinken und hoffe dass das Monster mich jetzt nicht frisst scheiße ich muss jetzt rausschauen jetzt stecke ich bei den Schweinen fest fuck ich muss jetzt schauen ist weg naja jetzt kommt der Fehl ist schon recht alter es war eigentlich so klar dass er kommt ich habe wieder ein Event triggern müssen weil ich das Glas mit Zoll befüllen muss ich hätte mit rechnen müssen das war so klar das war der Moment so ich war da drüben noch nicht oder oder war ich da schon es würde nichts bringen ne bin ich hier falsch so jetzt ein Thema Schwein oh Gott du mal schick links in den Chat ich sehe nix muss ich doch zur anderen Tür oh Gott jetzt muss ich wieder das ganze Ding laufen warst du mich gerade wie geht es mir in gesunde leichte Kopfschmerzen das geht eigentlich wie geht es eigentlich relativ gut dafür dass ich gerade vorne das Fenster wieder angeschaut hatte aus Versehen tut mir leid ach so der kommt vom Master ok der Link der darf ihn bloß nicht schicken dann muss ich ein Moment also ich dachte schon die haben mir geschrieben Lox und Sota ich habe bloß das Blinken sehen ach Gott ja ich muss euch noch morden ich weiß das machen wir später jetzt wird erstmal gegruselt in Anführungszeichen weil so gruselig ist es gerade nicht es sind halt immer diese kleinen Schreckmomente die immer wieder kommen so ich vermute mal ich muss jetzt da hin aber ich bin mir nicht ganz sicher so es würde nichts bringen was mache ich jetzt mit der Säure was steht denn da dran ich habe jetzt ein Glas Säure du hast verschlossen und das Schloss ist in außen Zustand wartet ach du musst uns noch morden ja ja ihr seid noch nicht ganz ausgereift ich muss euch noch morden wo muss ich denn wo muss ich denn jetzt hin die man Idee ich habe jetzt hier ein Glas mit Säure ich habe es ich habe sogar noch einmal ein Meißel bei und dann Handbohrer ah noch Insider 2,5 Meter doch Gott nein hör damit doch auf wie viel haben wir eigentlich inzwischen na 10 kann man solche Witze schon mal bringen ok sehe ich ein da war ich doch nicht oder das kommt mir nicht bekannt vor glaube ich oder das ist verrostet warte mal hier sind die Funktion der Büchse schlechter Zustand das Tor durch das du diesen Bereich verlassen kannst ist doch ein altes Schloss abgeregelt ich gehe mal kurz weg ich habe so ein bisschen Angst wir klicken Event Trigger wo der Typ kommt nein das ist mit Metallschloss das ist mit der das ist mit der das ist mit der die ich zeig dir mein ohnix jetzt kommt ihr mit dem pokémon wissen die oder geht darum ist gerade die tür vorbeigelaufen hat es aber nicht bemerkt wo geht es eigentlich lang ich jetzt zu neugierig reconnecting to chat also ist doch kaputt reconnect ich halt mal mit schütz connecting scheitbar ich zu lang inaktiver welcome to chatroom okay jetzt kann ich wieder lesen so tschuldigung tschuldigung ich muss mich weil hier entschuldigen es kann sich nichts bewegen ist es nicht die andere seite vom ich bin am arsch ich bin ja eingesperrt und da war der typ da auf mich zu klubs hat wenn ich jetzt um die ecke linsen oder nicht